Freizeitpark. Im Freizeitpark kann man das ganze Jahr Ski und Velo fahren. Das Gebäude ist aus Holz und hat zwei Etagen. An der Kasse bezahlt man einen Eintritt. Nachher kann man alles benutzen. Man nimmt die richtigen Kleider mit. Ski und Velo kann man im Freizeitpark weiter. Im mittleren Stock kann man mit dem Skateboard und Ski über hohe Hindernisse fahren und über Rampen fahren. Im obersten Stock hat es einen Bikepark. Es sieht aus wie ein Wald. Man kann über Boundstapen fahren und einen Trail hoch und runter fahren. Daneben hat es eine Skihalle mit einem Skilift und einem Sesselnift. In der Halle ist es sehr kalt. Draußen hat es einen Parkplatz für die Besucher. nh rasch wurde und taunge das hier gesehen, Kathrin sie aber nicht merken. Dageziert! Nächst ist hier etwas mit hiding. Dageziert das auf der Augen! Letzt es hier einmal. én